Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Sehr geehrter Zuschauer, heute habe ich das Vergnügen mit einem M.A.N. Lions City zu fahren, den mein fast schon liebenswerter Chef mir heute zur Verfügung gestellt hat. Das finde ich irrefreundlich. Und ich steige jetzt auch mal direkt ein, denn die armen Fahrgäste, die stehen, man sieht sie hier, die stehen da vorne schon und die will ich jetzt da nicht einfach so rumstehen lassen. Das macht man nicht so, deswegen beeilen wir uns jetzt mal ein bisschen, damit wir die abholen, damit die hier schon mal im Bus sitzen können. Also Fahrgast kommen vor und sowas. So, Zündung an. Und wieder aus, nein, Zündung an. So, und Motor läuft auch. Für die, die sich mehr damit auseinandersetzen wollen, wir fahren mit dem M.A.N. Lions City, der beim Mainz Add-On mit dabei ist und zwar mit ZF-Eco-Live-Getriebe müsste das sein. ZF-E-L müsste dafür die Abkürzung sein. So. Gang rein. Hatten wir hier irgendwas Interessantes. Kneeling haben wir leider hier nicht automatisch, also brauche ich es auch erstmal nicht. So, Kraftstoffverbrauch, nee, haben wir hier auch nicht. Egal, dann fahren wir halt nach Gefühl. Wer erkündet, ja, wir haben ja das Feeling dafür. Lichtfahrer sind sichtbarer. Halten wir uns erneut dran, wie jedes Mal. Ein bisschen frische Luft hier reinlassen und... Ach, guck mal, eine Kamera. Ja, jetzt erstmal fort zur Starthaltestelle. So, wir fahren heute die Linie 34. Sobald unser Bus genug Druckluft aufgebaut haben, damit wir hier loskommen. Derzeit gucke ich schon mal. Ich glaube, wir haben da Abfahrt. Moment, hallo, ich komme gleich. 33, Nordbahnhof 69. Ach, hier vorne, genau. Ach, der Bus fährt. Es ist ein Wundergeschehen, er fährt. Okay. So, Ankunft. Nee, wir sind nicht Ankunft, oder? Ist ja auch Abfahrt. Also, Ankunft und Travestierweg. Ankunft. Nein. Abfahrt. Gibt es hier eine Abfahrt für uns? Anscheinend nicht, also haben wir vermutlich auch hier Abfahrt. Ich fahre noch ein bisschen näher an den Bordstein rein. Äh, ran, nicht rein. Und ein bisschen vor. Wir wollen ja die Fahrgäste nicht so weit laufen lassen, ne? Ah, ja, okay. So. Dann wollen wir mal unser Ibis programmieren. Wir haben noch viereinhalb Minuten Zeit. Linie Route, wir fahren die 0, 3, 4, 0, 0. Und zwar die Route 1. Nee, die Route 2. Genau, der Travestierweg. Oh, ein Güterzug. Der fährt immerhin Güter als ich. So, dann lassen wir die Leute jetzt mal rein, damit die nicht draußen stehen müssen. Guten Tag, einen wunderschönen guten Abend. Oh, einen Fahrschein mit Vergnügen. Wie geht's Ihnen denn so? Haben Sie einen guten Tag gehabt? Einzel erwachsen. Das sind dann 3,20 Euro. Dann kriegen Sie von mir einmal 80 Cent wieder. Und dann nochmal 6. Hab leider keine Scheine. Sonst will ich Ihnen sehr genau einen Schein geben. Dann müsste ich Ihnen jetzt nicht so 6 Münzen, äh, 3 Münzen, pardon, in die Hand geben. Hab nur leider keine Scheine. Das ist nicht optimal, aber, ja. Sind die Sitze denn da hinten in Ordnung? Oder muss ich hier nochmal drüber putzen? Ha, ist hier irgendwas dreckig geworden? Ich hoffe nicht. Oh, aber, pardon, ich hab vergessen, Ihnen hinten mal Licht anzumachen, ne? Ist ja schon ein bisschen dunkler. Jetzt muss ich nur mal gucken, was ist das denn für ein Licht? Hä? Könnte bei mir vorne wahrscheinlich sein, so. Jetzt habt ihr auch Licht. Bin ja nicht so. Oder sonst schon ein bisschen dunkel. So, was sagen die Temperaturen in the bus and out of the bus? Wir haben 21 Grad. Irgendwo. Die Schrift wird mir helfen. Im Bus haben wir 21 Grad. Und außerhalb haben wir, wo steht es nochmal? Auch 21 Grad. Ja, das kann man so machen, aber damit die Leute uns hier nicht im Bus ersticken, wollen wir ihnen natürlich auch ein bisschen Luft geben. Schade, die Klimanlage funktioniert nicht. Also größtenteils. Zumindest nicht die für die Farge hinten. Was wir natürlich sonst machen können, können die Dachluken einmal aufmachen. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben die Vordere so aufgemacht, dann machen wir die hintere einmal. Nein. Nein. Genau. Machen wir es einmal so. Wenn es zieht sich ein bisschen durch den Bus durch, dann ist es aber nicht so stickig. So, eineinhalb Minuten haben wir noch. Wir warten natürlich und fahren pünktlich los, sodass sowohl unsere Fahrgäste im Bus pünktlich ankommen, als auch Fahrgäste, die vielleicht spät dran sind, diesen Bus noch bekommen. Nicht, dass wir einfach wegfahren. Ähm, so ist es... Ah, nur eine optische Täuschung. Ich dachte schon, das schwebt hier. Aber der Mülleimer verdeckt einfach nur den Pfahl. Geschickt. Würde man jetzt sagen. Ist es auch, ja. So, wir haben im Übrigen die Wagen Nummer 827 mit 32 Sitzplätzen. Stimmt das denn auch? Nein. Nein. Wir haben 43 Sitzplätze, 120 Stehplätze und 2 Plätze für Rollstuhlfahrer oder Rollatoren. Wenn das der Plural ist. Oder was man da halt so und so abstellen könnte, kann. Wissen Sie schon, ne? Okay. Wir können uns dann jetzt mal bereit machen. In einer halben Minute dürfen wir, sollen wir, oder wie man es auch immer beschreiben will, dass wir Abfahrt haben. So, meine lieben Fahrgäste, hier spricht der Busfahrer. Wir sind in wenigen Sekunden bereit zur Abfahrt. Machen Sie es sich bequem. Und genießen Sie die Fahrt, wenn Sie irgendwie Informationen wollen. Dann kommen Sie doch gerne nach vorne. Ich berate Sie gerne. Ah, noch ein Zug. Der fährt hier zwar nicht Güter, aber ein paar Leute immerhin noch, ne? So, wir haben Abfahrt. Oder? Jetzt gucke ich nochmal. Wir haben 49, ähm, 50. Ja, wir haben noch 10 Sekunden. Ja, wir sind ja auf Pünktlichkeit bedacht als Busfahrer. Ja, hier, guck mal, bitte abfahren. Das wollen wir doch gerne. Wenn uns ein Gerät dazu auffordert, machen wir es doch direkt mal, ne? Noch ist grün, ne? Nutzen wir das mal direkt aus. So, ah, nee, wir müssen uns denn gerade ausweiten. Jetzt dachte ich schon kurz, wir müssen rechts abbiegen. Nee, wir fahren gerade aus weiter. So, da sind wieder nette Fahrgäste. Die will ich auch gerne einsteigen lassen. Aber wir müssen mal eben Pause machen, denn, wie ich sehe, hat Omsi gerade schon wieder keinen Ton zum Aufnehmen. Deswegen, so, da bin ich auch schon wieder zurück. Jetzt mit Ton von Omsi. Okay, und dann wollen wir die Fahrgäste direkt reinlassen, aber... Hallo, einen normalen Fahrschein, bitte. Einen normalen Fahrschein mache ich gerne. Sie müssen nur einen Moment warten. Irgendwie ist gerade mein Gerät ein bisschen kaputt, aber... Ja. Okay, ähm... Einen kleinen Moment bitte noch. Sie kriegen 80, der Zug ist gerade ein bisschen ablenken laut. Und 6. Bitte schön. Ähm... Aha, wie komme ich jetzt? Müssen Sie bitte einen kleinen Moment warten. Ich habe hier gerade... ...probleme mit meinem Gerät. Und damit mache ich den Verkauf, ja. Entschuldigung. Okay, einmal normal. Da kriegen Sie dann einmal 80 wieder und nochmal 1. Bitte schön. Ich hätte noch eine normale Fahrgarte. Gerne doch. Und auch bei Ihnen alles heute ganz in Ordnung. Schönen Tag gehabt. Jetzt schön nach Hause, oder? Danke. Bitte. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Eine Tageskarte. So, so späte Stunde. Da haben Sie also nur einiges vor. Dann wünsche ich viel Spaß bei, was Sie jetzt auch immer noch in den Verbleiben haben. Ebenen Stunden des Tages vorhaben, ne? So. Weiter geht's. Boah, Verspätung haben wir zum Glück nicht zu viel jetzt durch diese kleine Unterbrechung. Passt alles noch. Und mal wieder bin ich schon on top, was das Überquatschen von Ansagen angeht. Das ist gar nicht einfach. Ich habe immer eine Busfahrer-Ausspilung erlebt. 100 Male gemacht, um es perfekt zu können. So. Der Kreuzkamp. Oder der, die, das Kreuzkamp. So. Fahrgaste. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler. Das mache ich doch gerne jetzt erst auf dem Heimweg oder einfach mal so unterwegs. Ähm, Schüler. Schüler, Schüler. Ähm, Kind. Ich bin dabei, junger Herr. Hier sind noch Ihre 50 Cent Wechselgeld. Die wollen wir jetzt hier mal nicht vergessen. So. Achtung, Bus fährt an. Bitte Platz machen. Muss man immer noch mal erwähnen. Erika-Straße. Und es geht bergab mit uns zur Erika-Straße. So. Die Erika-Straße. Ich bestimme eine ganz gute Straße. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Manni. Wir haben uns ja jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Sag mal, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung bei dir? Ich hoffe, Manni. Wetter ist ja heute auch ganz gut. Also noch zu später Stunde so unterwegs bei dem tollen Wetter. Ja, weil die 20-Grad-Wage noch haben wir sie, ne? Bitte schön. Und eine schöne Fahrt. So. Oh, jetzt... Jetzt möchte wir aussteigen da. Werde ich dann mich schon mal mental draufbereit machen an der nächsten... HALTESTELLLE! Tut mir leid, Kollege. Ich hab sie leider erst so spät gesehen. Ich bringe das alles in Ordnung. Ich rufe unseren Chef an. Ich mach doch alles klar. Tut mir jetzt ja leid. Das war nicht so gemeint. Du konntest ja auch nicht wissen, dass ich da jetzt gerade unbedingt geradeaus weiterfahren würde. Ja. Ich hätte... Ich hätte einfach anhalten müssen. Ja. Ich hab es einfach verplant, nicht anzuhalten. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder was auch immer. Oh, schade. Jetzt ist die Ampel rot. Naja. Gibt es Schlimmeres, ne? Dann verbringen wir halt noch ein bisschen länger zusammen mit unserer Zeit, liebe Frau Argester, ne? Das freut uns ja. Ist so eine wechselseitige Sache. Ja. Bei Ihnen alle in Ordnung, Junge. Da haben wir sie stehen hier vorne. Gerade so ist alles in Ordnung. Oder brauchen sie irgendwie noch Hilfe oder so, weil sie hier gerade stehen. Ich frag nur mal, ne? Wenn der Manni da seinen Bauch schon ausstrickt, kann man ja mal fragen. Oder die Stimme, ich wusste es doch. Immer hilfsbereit sein, ne? Kann ja gut sein, das war aber mal, wer Hilfe braucht. Da steht man immer parat. So. Sicherheit überprüfen. Nicht, dass sich diese Tür hier nach einer Zeit öffnen würde. Das würde zu Problemen führen. So. Die Ampel hat netterweise sich überlegt, dass sie uns dann doch noch fahren. Lässt. Bringe ich auf jeden Fall nächstes Mal eine Packung Merci mit. Um mich nochmal herzlich zu bedanken. Also man muss ja auch Respekt zeigen und ein bisschen hervorkommt. Und so. So, es möchte also wieder wer aussteigen. Okay. Es freut mich sehr. In der Miene Miste. Ich fahr mal gerade aus. Ja. Heute fahr ich mal gerade aus. Morgen fahr ich dann wieder links. Übermorgen fahr ich dann hier rechts. Ja. Man kann hier rechts rumfahren. Genau. Das ist offensichtlich. Sehen Sie nicht die Straße, die da rechts reingeht? Nein. Auch nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Sie müssen ja nicht fahren. Das mache ich ja alles für Sie. Lehnen Sie sich einfach bequem in Ihren Sessel zurück. Und entspannen Sie sich ein bisschen. Ich mache das schon. So. Immer der richtige Zeitpunkt jetzt aufhören. 17.57 Uhr. Ähm. Ja. Also in game. Haben wir jetzt sogar schon 17.58 Uhr. 18.59 Uhr. So. Dann wollen wir mal hier die Ackermannstraße oder Parkplatz West. So. Ein Aussteigen, dabei sein ist alles. Welche Haltestelle haben wir eigentlich gerade? Ähm. Suche beim Stehen festen Halt. Das ist ein wertvoller Tipp, den ich hier an dieser Stelle einmal unterstreichen möchte. Das trägt sehr zum Betriebsablauf meines Jobs bei. Also sehr geehrte Fagis, suchen Sie sich einen bequemen, aber auch sicheren Platz zum Stehen. Vielen Dank. So. Ich liebe ja diese Straßen, wo man einfach mal schön seine 100 fahren darf. Also mit dem Bus jetzt sowieso nicht, aber die Theorie, die zählt. Wenn du weißt, hier darf ich 100 fahren. Ich fahre mit meinem Bus, aber jetzt sowieso nur die 80. Ist es besser, als wenn du nur 80 fahren darfst und dann 80 fährst. Also mental, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist ein ganz interessanter, wenn nicht auch ein wichtiger Punkt. So, die Schnellstraße endet hier also nicht mehr 100, aber in der Kurve ist er hier. Entschuldigung, Entschuldigung, meine Schuld. Entschuldigung, Manni, meine Schuld. Ich, ja, ich hätte ein bisschen aufpassen müssen. Muss es ja nicht immer so übertreiben, ne. Ja, manchmal, da übertreibe ich es schon ein bisschen. So. Da guckt mich gerade so eine Tanklampe entdecken, die, wenn ich ehrlich sein darf, beunruhigt mich gerade schon ein wenig, ne. Ah, hm, äh, äh, alled, alledem Buddha. Tanklampe heißt ja auch noch, kannst du noch ein bisschen fahren. Wolltest du nur gucken, irgendwann ist der Bus auch leer, ne, musst du aufpassen. Genau wie in dieser Kurve, die ist schon ein bisschen gewagt, da erst recht, wenn jetzt Gegenverkehr käme. Konjunktiv, denn es kommt natürlich gerade keiner, was natürlich sehr freundlich uns gegenüber ist. In der Tat. Das war's.